Peace Leute! Was ist klar? Ich bin's wieder. Und so, ich glaub, ihr zieht mich grad, dass mein Schatten ist. Jedenfall, heute machen wir am Video, ihr habt Likes, wir geben über 40.000 Likes. Das ist klasse, Alter. Und mein Freund, Mr.Pi, und hat auch im Kanal, hat 5 Abonnenten. Juhu! Nicht nur 2, also deswegen, komm, gib mir Abonnenten. Und, halt mal auf! Und jedenfall... Ich hab Mimis auch, du magst das so? Bitte auf, bitte auf, hör bitte auf! An! Bitte auf, bitte auf! Bitte auf! Über geht an! Über geht an! Dann tue ich dich nach kurz, wenn sie mich... Wenn sie doch hinläuft. Weil ich muss mich erst mal daran gewöhnen. Ja, was denkst du, ich? Leute! Ey, mach mir Wille! Oh! Ja! Oh! Oh! Junge, ich kann wieder nicht filmen! Jo! Ich schick... Die Brille schickt sich dann selber an. Weißt du, was ich damit mein? Ja! 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 Leute! Ja! 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 Ja, das ist nicht cool! Oh! Oh! Tee rutschen! Tee rutschen! Tee rutschen! Ja! Bist du mit raus? Tee rutschen! Man hat sich ein Mann nachsen! Nein! Nein! Mann! She ist zurück! Tee rutschen! Nein! Nein! Achtung! Achtung! Zehne! Wir müssen aufpassen, wir den Thomas nicht zu nachdenken. Komm auf! Das ist völlig so, dass ich glaube. Wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen. Oh, das ist jetzt verrückt. Fuck! Das habe ich auch nie den Zuschauer wollen nur gesehen, ne? Oh Gott! Wie möchte ich das jetzt sehen? Hey! Hau! 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 Was kalt ist, ist abgegangen. Ja, dann machen wir das rein! So, ich bin dran. Leute! Hau! 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 Wir haben hier immer schon Sonntag vertreibt. Heute ist Sonntag. Wir haben ein bisschen Kinder. Trotzdem ist Sonntag vertreibt. Mami! Okel! Ich weiß nicht, was es ist los! Ich schwimme, Pascal! Pascal, ich schwimme! Was ist der Papa? Heute ist Sonntag, Pascal! Ja, und deswegen sind auch Kinder. Ich schreie, dass ich deine Nachbarschaft höre, aber... Ich bin nicht klar. Ey, jetzt kommt er, ich ging jetzt an. So, so. Was machst du? Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Oh, das ist so geil! ... ... ... ... ... Ich habe meinen Haaren geballt. Komm, ne Minuten. Wie soll denn? Ich kann es super kalt. Kann ich sehen. Nee, das ist so tief. Ich kann es gerade nicht ab. Tschüss. Also Leute. Jetzt gibt es zu mir die Schuhe? Was ist da? Das ist ein Kaloppa. Kann ich. Das ist ein Kaloppa. Ich bin ein Kaloppa.